Ihr sucht einen Buy-and-Sell-Indikator, der euch gleichzeitig auch noch den Trend anzeigt. Das heißt, ihr wisst genau, wie ihr das Ganze traden sollt. Dann seid ihr heute hier genau richtig. Moin Leute und willkommen zum nächsten Video. Heute habe ich, weil das letzte Video einfach so gut bei euch ankam mit dem Buy-and-Sell-Indikator, einen neuen Buy-and-Sell-Indikator mitgebracht. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich bin quasi auf die Suche gegangen in dem tiefsten Internet quasi und habe für euch hier nochmal einen richtig geilen Indikator rausgesucht. Den gucken wir uns heute an. Ganz easy anzuwenden. Also für Anfänger einfach perfekt geeignet. Wir reden nicht großartig drumherum. Ihr seht ihn hier oben links schon. Wir laden uns ihn jetzt aber direkt mal ein. Das heißt, wir gehen hier einmal auf Indikatoren, geben hier einmal Super-Trend ein. Ihr kennt den typischen Super-Trend-Indikator. Dieser hier ist aber ein bisschen anders, also bleibt dran. Dann ist das der Super-Trended Moving Average. Das heißt tatsächlich, der arbeitet mit dem Moving Average zusammen. Wir laden uns den ganzen hier einmal ein. Wir stellen ihn jetzt zusammen um. So sieht das Ganze jetzt bei euch momentan aus. Wir gehen hier einmal auf das Rädchen, ändern einmal kurz ein bisschen was, gehen hier oben auf Eingaben. Moving Average. Erstmal seht ihr hier oben, wir haben hier mehrere Moving Average, also mehrere Moving Average, alle, die es so gibt, die ich hier auswählen könnte. Das heißt, danach richtet sich dieser Indikator. Wir lassen ihn jetzt einfach mal auf EMA. Dann Moving Average, die Länge. Also welchen wollen wir denn nehmen? Wir nehmen für unsere Strategie jetzt den 75er. Wir sind jetzt im 5-Minuten-Chart, mache ich das Ganze. Dann die ATR-Period. Die ändern wir hier einmal auf 14. Und das Ganze lassen wir hier so. Show, Buy und Sell Signals machen wir an. Das ist ganz wichtig. Das brauchen wir ja für unsere Strategie. Dann ansonsten den Rest hier können wir komplett so lassen. Einmal nochmal kurz auf Stil. Hier unten haben wir nämlich einmal die Farbe Weiß. Die müssen wir komplett von der Deckkraft runterschrauben, weil das sonst im Hintergrund angezeigt wird. Da, wo ihr Buy und zählen sollt mit einer weißen Farbe, brauchen wir also nicht. Also raus damit. Okay. Dann sollte das Ganze bei euch so aussehen. Und ihr seht schon, ich habe mir hier die New York Session einmal kurz wieder eingeladen. Das heißt, die Market Session, falls ihr die auch nicht habt, FX Market Sessions, so heißt der Indikator hier. Den laden wir uns ein. Und dann sieht der Ganze hier so aus. Ihr blendet halt wieder ganz normal hier oben GM Team natürlich unsere Time Zone. Dann die London Session ausblenden. Nur New York Session anlassen. Hier unten Tokyo Session raus. Sydney Session raus. Also so, wie wir das quasi immer machen. Damit wir wissen, okay, wann traden wir denn überhaupt? Das heißt, dieser New York Indikator zeigt uns hier einfach nur unsere Session an, wann wir denn das Ganze traden. Das heißt, mehr brauchen wir dazu gar nicht. Ihr könnt natürlich jetzt noch jeden weiteren Indikator noch dazu nehmen. In Oszillatoren, ASI, unseren TDI oder, 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 um euch nochmal zu vergewissern, dass das Ganze wirklich für eure Bestätigung dann wirklich klappt. Oder ihr werdet gleich auch sehen, für einen Ranging Markt, da müsst ihr natürlich dann ein bisschen aufpassen. Aber generell schauen wir uns jetzt erstmal an, wie gut der wirklich performt. Das heißt, wie funktioniert der ganze Indikator? Ihr seht das Ganze hier schon. Ich brauche jetzt hier nicht großartig Vorsprunen oder so. Wir sind hier in der New York Session. Das Ganze ist hier auf einem Sell. Das heißt, Short Position bei einem Sell. Zack, da machen wir die Short Position hin. Stop Loss über den letzten Kennel. Also einfach über den letzten Kennel, wo das Sell-Signal hier entstanden ist. Und dann ziehen wir das Ganze hier nach unten. Zack, so 10 zu 1 erledigt. Challenge geschafft. Cash gemacht. Easy Geld gemacht. Das war natürlich nur heute. Das lief hier auf jeden Fall richtig, richtig gut. 10 zu 1, sehr gut. Man kann sich natürlich auch wünschen, dass sowas mal klappt. Aber ja, schaut, dass ihr ein 2 zu 1 schafft. 3 zu 1. 10 zu 1, sehr unrealistisch. Aber generell machbar auf jeden Fall. Jetzt sagt ihr ja, ja, das habe ich mir hier ausgedacht. Aber nee, das ist hier heute einfach nur der Tag. In dem Chart ist heute extremer Abverkauf gewesen. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal bei den Tagen davor an. Ihr könnt hier unten direkt auf das Datum achten. 21. Juli. Wir gehen jetzt einfach mal die Woche diesmal von hinten nach vorne durch. Und dann gucken wir uns einfach mal die Woche an. Als Beispiel sind wir jetzt direkt bei dem Donnerstag. Und ihr seht schon, hier kam kein Buy- und Sell-Signal die ganze Zeit nicht. Ihr seht aber, das Ganze hier mit dem grünen Bereich ist ein Abtrend. Das heißt, ihr könnt hier natürlich auch eure Strategie anwenden und sagen, okay, ich trade das Ganze hier Richtung Long. Aber kein Buy- und Sell-Indikator, was für uns bedeutet, wir traden an diesem Tag nicht. Das heißt, den Donnerstag, den canceln wir komplett. Da sagen wir, alles klar, da haben wir halt nicht getradet. Weil ihr könnt euch natürlich auch einen Wecker einstellen. Haben wir im letzten Video auch einige Leute gefragt, wie man das Ganze denn macht. Da müsst ihr hier oben auf euren Indikator gehen. Einmal auf die drei Punkte. Und hier ganz oben Alarm für diesen Indikator einfach einstellen. Das heißt, da könnt ihr das Ganze machen. Ansonsten, der Tag traden wir nicht. Also gehen wir zum Mittwoch. Jetzt sind wir hier beim Mittwoch angekommen. Und ihr seht schon, hier haben wir jetzt wirklich die Marktsession ist quasi eröffnet. Das ging hier noch seitwärts. Kein Buy- und Sale-Signal in Sicht. Und dann kam hier aber ein Buy-Signal. Das heißt, von dort aus Long-Position, Buy-Signal. Das kommt auch wirklich nur, wenn Buy und Grün hier komplett zusammen ist. Also macht auf jeden Fall Sinn, dass man von dort aus dann hier den Long-Trade eingeht. Stop-Loss wieder unter die letzte Candle. Ihr kennt das Spielchen. Und dann wieder so ein 2 zu 1, 3 zu 1. Da seht ihr halt einfach, dass wir hier schon direkt unseren Trade dann erledigt haben. Natürlich, das Ganze ist hier wieder nach oben gegangen. Wir hätten hier jetzt tatsächlich wieder ein 7 zu 1. Ihr kennt das Spielchen. Es ist sehr unrealistisch. Ihr könnt natürlich nach dem 1 zu 1 oder 2 zu 1 sagen, okay, ich gehe dann da raus aus dem Trade. Beziehungsweise ich halbiere meine Position und so weiter. Stop-Loss hochziehen. Es gibt mehrere Methoden, wie man sein Risiko managt. Aber wir belassen es jetzt einfach mal dabei, dass wir ungefähr ein 3 zu 1 hier auf jeden Fall hinbekommen hätten. Jetzt sagt ihr natürlich, ja, aber was ist denn hier? Da sind ja bei uns Sell-Signale. Ja, das stimmt. Aber guckt mal bitte unten auf die Uhrzeit. 20 Uhr. Irgendwann müsst ihr auch mal sagen, okay, ich trade für den Tag nicht mehr. Vor allen Dingen, ihr habt so einen Win hier mitgenommen. Wenn ihr wirklich so einen Win mitnehmt, seid ihr fertig für den Tag. Komplett fertig. Wenn ihr so einen Verlust hinbekommt, seid ihr fertig für den Tag. Das ist eigentlich relativ simpel, diese Regel. Das heißt, ja, auf jeden Fall Gewinn gemacht. Das heißt, jetzt gehen wir mal weiter zum nächsten Tag, beziehungsweise zum Tag davor. So, der Tag davor sieht ein bisschen anders aus. Jetzt seht ihr schon, hier ist natürlich jetzt ein Beisignal. Jetzt könnten wir hier natürlich sagen, okay, wir machen hier eine Long-Position auf. Hätten wir in dem Fall ja auch gemacht. Unser Stop-Loss unter die letzte Candle. Aber ihr seht schon, was ist das bitte für ein riesen Stop-Loss? Und dann Take Profit. Vergesst es, dass ihr dann ein 7 zu 1 machen wollt. Wenn, oder ein 3 zu 1, 4 zu 1, was auch immer. Wenn euer Stop-Loss in eurem Backtesting wirklich dann plötzlich mal so groß ist. Ihr müsst es komplett auf euer ganzes Trading euch anschauen, analysieren und sagen, okay, wenn mein Stop-Loss so und so groß ist, gehe ich vielleicht den Trade gar nicht erst ein. Wenn aus eurem Backtesting einfach entstanden ist, dass ihr dann viel zu viele Trades verliert oder vielleicht nur ein 1 zu 1 mitnehmen könnt. So, ja gut, dann hätten wir sagen können, hier gehen wir auf ein 1 zu 1. Ist aber dann natürlich sehr riskant. Vor allen Dingen, ihr seht schon, das Ganze geht hier ein bisschen im Seitwärts-Trend. Deswegen bei sowas ein bisschen vorsichtig sein. Wenn so bullische Candles dann wirklich von, ja, also von so einem riesengroßen Move hier kommen. Vielleicht dann nochmal auf den Backtest warten hier weiter unten. Aber das ist eine andere Strategie. Das heißt, sowas müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Also Stop-Loss immer im Auge behalten. Sollte relativ gering sein. Dann sind wir jetzt beim Montag angekommen und der Montag, der hätte wieder richtig reingeknallt. Und ihr merkt schon, worauf das hinausläuft. Ihr wollt auf jeden Fall diese Tage erwischen in der Woche, wo wirklich so ein Trade wirklich funktioniert. Also Stop-Loss, ja gut, wir können es auch unter das letzte Swing-Low packen. Nicht unter die Candle. Wenn ihr sowas hier unten seht, in diesem Bereich hier zum Beispiel, dann können wir das hier gerne auch unter das Swing-Low packen. Und dann wieder, ihr kennt das Spielchen, 3 zu 1 sollten wir schon gehen, so um den Dreh. Aber ja, auch hier hätte das wieder geklappt, 8 zu 1. Das ist auch wirklich kein Einzelfall. Wenn ihr das Ganze backtestet, werdet ihr merken, das funktioniert sehr, sehr oft. Und jetzt sagt ihr, okay, hier rechts haben wir ja wieder ein Sell-Signal da in dem Bereich. Ja, aber das ist wieder 19 Uhr, 20 Uhr. Da traden wir einfach schon gar nicht mehr. Das heißt, da sind wir wieder komplett raus. Also, ihr wisst, wie die Strategie funktioniert. So ist auf jeden Fall der Plan. Und wir können jetzt ja gerne auch mal hier weiter nach links gehen. Wir gucken uns einfach mal die Wochen an. Ihr seht das jetzt optisch ja auch einfach schon. Sell-Signal. Zack, das Ganze nach unten shorten. Easy Trade. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Tag hier. Seitwärts-Tag. Hier unten wäre ein Buy-Signal gewesen. Wieder 20 Uhr. Ja, traden wir nicht mehr. Also, der Tag kein Trade gewesen. Dann scrollen wir mal weiter rüber hier. Nächster Tag Sell. Und guckt euch mal diesen Sell an. Was ist da denn passiert? Hätte man das erahnen können? Ja, hätte man tatsächlich. Weil guckt euch mal diese Konsolidierungsphase davor an. Es ist komplett seitwärts gelaufen. Irgendwo wird der Chart dann quasi ja ausbrechen in irgendeine Richtung. Und das hier war ja ein enormer Trade. Das wäre ja hier ein, keine Ahnung, 20 zu 1 geworden, theoretisch. Aber denkt dran, sowas passiert natürlich nicht so oft. Wir können ja gerne noch mal weiter gucken hier nach links. Zu diesem Beispiel hier wollte ich nämlich. Weil das werdet ihr natürlich auch finden, dass das Ganze hier so aussieht. Ja, generell können wir sagen, okay, es ist ein Seitwärts-Trend. Hätten wir das vorher erkennen können? Ja, kann man auf jeden Fall vorher erkennen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das erkennen könnt, schaut einfach mal in meinen YouTube-Videos auf meinem Kanal. Abonniert diesen Channel gerne, wenn ihr auch nichts verpassen wollt und so weiter bei den nächsten Videos, damit ihr mit dabei seid. Aber auf jeden Fall werdet ihr da Videos finden, wie man einen Seitwärts-Trend erkennen kann. Und dann könnt ihr sowas hier vermeiden. Wenn ihr das jetzt aber nicht geschafft habt und ihr seid jetzt da in dem Bei drin, das heißt, ihr kauft einmal, verliert. Ihr verkauft einmal, verliert. Glaubt mir, zwei Trades mit dieser Strategie, dann seid ihr fertig für den Tag. Ihr habt gesehen bei den anderen Tagen, wo ihr da wirklich getradet habt mit den Signalen, dass das Ganze da wirklich sofort geklappt hat. Entweder es klappt sofort oder es klappt gefühlt gar nicht. Wenn ihr natürlich so wie hier jetzt Buy, Sell, Buy, Sell, dann lasst es einfach. Finger weg für den Tag. Geht direkt zum nächsten Tag. Das kommt natürlich mit der Erfahrung. Dann werdet ihr merken, dass solche Tage hier auch vorkommen werden. Also es ist völlig normal. Das ist halt Trading. Nicht jeder Tag kann so wirklich 1a sein. Aber denkt immer daran, wenn ihr die anderen Trades wirklich lange genug laufen lasst, vielleicht sogar ein 5 zu 1 mitgenommen habt an dem einen Tag, wer weiß. Vielleicht habt ihr das ja geschafft, mal wirklich durchzuhalten, den Trade laufen zu lassen. Dann könnt ihr natürlich danach auch ein paar verlieren, damit ihr vom Risikomanagement bzw. vom Moneymanagement dann hinterher trotzdem profitabel seid. Also so wäre die Strategie. So könnt ihr das Ganze hier traden. Also wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like bei dem Video hier da und kommentiert das Video gerne, ob ihr diese Strategie dann mal ausprobiert. Und ob das was für euch ist oder ob ihr vielleicht lieber die vom letzten Video besser fandet mit dem Buy and Sell Indicator. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ansonsten denkt dran, ein Abo da zu lassen. Die meisten von euch haben noch gar nicht abonniert. Wir wollen natürlich dieses Jahr noch irgendwie die 2000 Abonnenten zusammen bekommen. Wäre natürlich mega geil, wenn wir das hinbekommen würden. Also lasst gerne ein Abo da, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Ansonsten würde ich sagen, dann war es das für heute. Falls ihr euch noch keinen Account gemacht habt, überhaupt fürs Trading und so weiter, könnt ihr gerne bei Vantage vorbeischauen. Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.